Franz, wir haben uns hier getroffen bei dir in deinem Atelier in Fulda anlässlich eines Künstlergesprächs im Rahmen deiner Ausstellung Shifting Perspectives im Haus der Kunst in München. Es ist eine Ausstellung, die umfasst Werke von sechs Jahrzehnten deines Schaffens. Meine Frage an dich, was unterscheidet diese Ausstellung zu vorherigen Einzelausstellungen von dir deiner Meinung nach und hat die Ausstellung auch eine Perspektive, deine Perspektive auf dein Werk verändert? Zum Einen ist die, wenn ich das richtig sehe, die größte, umfassendste Ausstellung im deutschsprachigen Raum überhaupt. Es gab eine große Ausstellung bei dem Miseda Modern in Genf, aber was wir haben, das ist eine Besonderheit, du sagtest es schon um fast 60 Jahre, die frühesten Arbeiten, Umrisszeichnungen, die hatten wir zum Beispiel in Genf nicht dabei. Also man kann, wenn man sich dafür interessiert, die Entwicklung der gesamten Arbeit über Jahrzehnte in einer Weise verfolgen, wie das vorher nicht möglich war. Wenn man die Ausstellung auch als Chance begreifen möchte, deinem Werk in seiner Vielgestaltigkeit zu begegnen, stellt sich mir auch die Frage, was haben die Werkgruppen gemein? Lass uns doch vielleicht einfach mal zurückgehen zu einer deiner allerersten Arbeiten, die letztlich auch das Kampagnenmotiv der Ausstellung geworden ist, nämlich das Werkversuch, eine Skulptur zu sein, Speyer. Du musst so im Alter von 18, 19 Jahren gewesen sein, als du dieses Werk geschaffen hast. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie, wo du mit verwuschelten Haaren, farbgekleckster Hose, barfuß im Schneidersitz in einer Studiosituation sitzt, vor einer Schüssel und speist also ein Mehl-Wasser-Gemisch. Und du unterläufst ja letztlich damit auch die Vorstellung mit einem lebenden Bild einer in Stein gemeißelten Skulptur. Und meine Frage an dich wäre, zu diesem Zeitpunkt, hast du das als eine Aktion, als eine Performance begriffen und was wolltest du damit ausdrücken? Und hast du zu dem Zeitpunkt für dich auch schon den Körper als Material verstanden? Also die Forschung einer Performance habe ich nicht gehabt. Der Anlass war im Grunde ganz einfach. Ich war intensiv mit Malerei befasst und mit Malerei kann man einmal ein bestimmtes Tempo erreichen, was mit Skulptur damals nicht möglich war. Das Moment des Prozessualen im Malen war im Skulpturalen nicht möglich. Man konnte sukzessive Änderungen vornehmen, Dinge zurückdrehen, vorwärts drehen. Das ging damals in der Skulptur nicht. Ich habe eine einfache Überlegung gehabt, wie könnte man das skulptural, ohne mit radierten Medien zu arbeiten, also die so ganz langsam etwa Plastik das antragen, mit Ton oder Skulpturen vom Holz oder Stein etwas wegnehmen. Wie könnte man dem Tempo verleihen? Wie könnte man dem was Prozessuales verleihen? Da war spontan plötzlich die Idee mit dem eigenen Körper. Und das war auch mit der Handlung verbunden. Nein, wenn die Aufnahmen richtig gesetzt würden, dann wäre es so, dass die Betrachter, so dachte ich, in Betrachtung dieser Skulpturen eigene Skulpturvorstellungen entwickeln, mit dieser Geste. Es sind insgesamt, wenn ich das richtig erinnere, 24 verschiedene Posten entstanden. Und die ist schon besonders, die wir jetzt ausgewählt und du ausgewählt hast, für die Ausstellung. Der hat übrigens auch einen biografischen Charakter. Wir hatten ja zuhause Bäckerei, Kontidorei und man wollte mich in diesen Betrieb einbauen, was nicht möglich war. Und ich speise sozusagen mit diesem Gemisch das Ganze, die ganze Familiengeschichte aus. Also auch bei den anderen Aufnahmen ist immer ein biografisches Moment dabei. Ist also nicht nur formal. Was entscheidend ist, dass es prozessual ist, temporär. Und ich konnte mir diese Geste sozusagen Tempo verleihen. Das sind zwei sehr schöne und wichtige Schlüsselbegriffe, die uns in der Auseinandersetzung mit deinem Werk immer wieder begegnet sind. Das Prozessuale und auch das Thema Tempo und Zeit hast du gerade genannt, was ich sehr spannend finde. Du hast dich aber nichtsdestotrotz bei dieser Arbeit entschieden, sie fotografisch festzuhalten. Und da meine Frage an dich, war der Körper nicht dennoch für dich auch eine Chance, ein Bildverständnis zu überwinden und ein neues vielleicht zu begründen? Also bei den Aufnahmen habe ich sehr wohl eine Bildvorstellung gehabt. Das kann man darin sehen. Ich habe im Hintergrund, das ist oft in der Aufnahme zu sehen, eine große Nesselfläche aufgespannt und habe mit zwei, drei Scheinwerfern das Licht so gesetzt, dass eben nicht die klassische Beleuchtung einer, in der Abbildung einer Skulptur von links nach rechts ist, sondern dass von verschiedenen Seiten das kommt und die Schatten auf die Leinwand geworfen werden. Also das fand ich wichtig als Bestandteil der Aufnahme und des Bildhaften dabei und eben auch, ich wollte damit, das erinnere ich noch, dem Foto etwas Eigenartiges geben. Also nicht eine klassische Abbildung, sondern das Foto selbst sollte Eigenwert bekommen durch diese Lichtsetzung und die besondere Lichtsetzung. Und natürlich habe ich nur jetzt noch sage, über den Körper nachgedacht, welche Funktionen hat er dabei? Ja, das ist so eine merkliche Mischung aus Bild, Skulptur gewesen. Das Moment des Zeitlichen war mir klar, dass das für einen Moment existiert. Das waren alles faszinierende Vorstellungen. Du hast eben gesagt, dass in bestimmten Arbeiten immer auch ein biografisches Moment hineinspielt. Du hast kurz über deine Herkunft berichtet in Fulda und deiner Familie. Vielleicht kannst du uns auch mal kurz beschreiben, wie die damalige Umgebung Fulda auch mit seiner Nähe zu Documenta, auch der Besatzungsmacht USA, die präsent war, oder dann deine Zeit in Offenbach, aber auch an Frankfurt an der Städelschule. Inwiefern dich das künstlerisch geprägt hat, vielleicht unter dem Aspekt der Entdeckung des Prozessualen und der Handlung als zwei Leitlinien, die sich durch dein gesamtes Werk ziehen? Also in Fulda gab es zu der Zeit in Bezug auf Gegenwartskunst nichts. Es gab weder eine Galerie, noch ein Museum dazu, noch eine Sammlung, nichts. Ich habe mich informiert über Zeitschriften. Das war ab Ende 58 möglich. Ich hatte einen Künstlerfreund, der war Art Instructor in der amerikanischen Kaserne. Er hatte also Unrecht gegeben und er brachte amerikanische Kunstzeitschriften mit der von uns gegründeten Galerie. Das war meine eigentliche Informationsquelle. Documenta war ja ein Jahr später. Die war dann sehr wichtig für mich, weil ich dort zum ersten Mal Originale der Gegenwartskunst begegnet bin. Das erinnere ich auch noch, wenn ich diese Zeitschriften durchgeblättert habe, die amerikanischen Kunstzeitschriften, Alt-America-Dinge, dann musste ich immer die Inches in Zentimeter umzurechnen, um zu verstehen und habe gesagt, das sind ja Riesenformate. Wie geht denn das? Die gab es hier überhaupt nicht. Also das war die erste Information, Informationsquelle. Und die Documenta, ich bin dort eigentlich hingefahren, um Wohls und Pollock zu feiern. Ich wusste, die gibt es dort in großem Maßstab, die von mir geliebte Imposationskunst des Informell. Und bin dann, die habe ich auch gefeiert, ich fand das alles großartig, und bin dann aber auf etwas ganz anderes gestoßen, was ich als viel radikaler, neuer und zukunftsweisender empfand. Das waren Bilder von Barney Newman. Eine große, monochrome Fläche mit einer Linie darunter läuft, die habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das ein Bild sein? Immer noch im Hintergrund Kompositionsdenken. In dem Sinne war das nicht lesbar. Das hat mich beunruhigt und unterm Dachgeschoss die perforierten, geschnittenen Bilder von Lucia Fontana, das hat mir die Bildbegriffe, die ich mitbrachte, völlig außer Kraft gesetzt. Also das war ein wichtiges Erlebnis. Ich bin völlig irritiert zurückgefahren und dann wieder zu Documenta gefahren. Und all das, was dann hier in Fulda passierte, das hat von dem Moment an überhaupt keine Rolle mehr für mich gespielt. Und ich bin auch mit diesem Erlebnis an die Städelschule gegangen. Ich hatte aber, das muss ich auch erwähnen, mit der Monochromie bei Newman und Fontana kein Problem, weil ich das bei meinen Wortbildern praktiziert habe. Da habe ich ja Flächenmonochrom eingestrichen, was für mich ein tiefes, sinnliches Erlebnis war, um da einen Begriff darauf zu setzen. Also ich glaube, dass das einen Grund gespielt hat, einmal, dass es mich angerührt hat und dass ich keine Probleme hatte, mich seriös damit auseinandersetzen. Also bei den Wortbildern sehen wir auch einfach Momente anklingen, Sammlung, Museum, New York, ich war draußen. Es sind so viele Momente, wo man irgendwie deinen Kosmos greifen kann, indem du dich intellektuell bewegt hast, dass du dir sehr bewusst gewesen bist, auch über ein System, was hinter der Kunst steht, ein Kunstbetrieb. Würdest du sagen, das war auch schon eine Form von, war das systemkritisch auch gedacht? Also zunächst habe ich mir die Frage gestellt, erst einmal wollte ich eine Beteiligung. Das fing ja mit den Umrisszeichnungen an, mit der Vorstellung, das war ja noch vor dem Studium, dass ich zunächst mal, stellvertretend für jeden anderen Betrachter, die Binnenräume imaginativ finde, also handeln. Das war mein Grundgedanke bei diesen Wortbildern, dass die Betrachter die Farbigkeit, die Schrift, natürlich den Begriff, weiterentwickeln zum Bild, also handeln. Das war der Grundgedanke bei dem Ganzen. Ich hatte aber auch ein Bewusstsein, dass ich präzise Farben in dem Zusammenhang wählen muss, auch die Proportionengröße der Papierbögen oder Kartonbögen, auf die ich das draufsetze, und die Schrifttype. Also ich habe die Schrifttype nicht typografisch verstanden, sondern durchaus inhaltlich, inklusive der Farben. Dann hast du dich entschieden, du bist dann an die Städelschule gewechselt und hast dort auch Materialprozesse vollzogen und dich mit Materialien beschäftigt im Thema Prozess. Vielleicht magst du uns dazu noch mal was sagen. Naja, das hatte mit meiner Auseinandersetzung aus dem Jahr zuvor mit dem Avomel zu tun, dass ich fasziniert war von dem Prozessualen im Mal, also dem Malprozess. Und dennoch habe ich gesehen, dass der Rhythmus, die Geste, dass das letztlich auch Strukturen und wenn man so will auch Gestand bildet. Und da wollte ich noch, ich wollte es noch weiter radikalisieren. Und so bin ich auf die Idee gekommen, einmal irgendwann die Farbe wegzulassen und eben nur noch das Material zu zeigen, wiederum mit der Vorstellung, die Betrachter sollen dem Ganzen in Ansicht des Materials und seiner minimalen Strukturen dem Ganzen Gestalt oder Figur, wie auch immer, geben und damit handeln. Also auch das habe ich mit dem Handlungsbegriff verbunden. Und das war ein Ding, eine Unternehmung, die in der Schule überhaupt keine Unterstützung fand. Bin dann auch, wie du weißt, aus der Akademie nicht zwangsexpratikuliert worden wegen dieser vermeintlich schrägen Arbeiten. Und nach Düsseldorf gewechselt an die Akademie. Bin ich nach Düsseldorf zu Karl-Odo Götz gegangen. In die Klasse. Wenn du jetzt sprichst von der Handlung, wann rückt für dich der Mensch dabei in den Mittelpunkt? Wann war dieser Zeitpunkt und wie hat sich das vollzogen? Also es gibt Vorformen, aber dann, wo mir das wirklich bewusst wurde, das waren meine Klebungen, meine Materialprozessarbeiten, diese Papierklebungen, die ich dann nicht nur in einem Stück ausführen wollte, sondern in Reihen. Weil wenn ich sage Materialprozess, muss das nicht auf ein Unikat rauslaufen. Da ist auch der Hintergrund, die simple Vorstellung, dass ich einen Malprozess in einen Materialprozess überführe. Und diese Arbeiten, die lagen einfach auf dem Boden oder auf Tischen gestapelt. Nun, wenn Sie auf der Wand waren, haben Sie für mich Bild repräsentiert. Aber was bedeuten Sie, wenn Sie auf dem Boden oder am Tisch liegen, im Stapelform? Da kam auch der erste Gedanke auf Lager. Lager als Form. Und bei dem Umblättern habe ich mir die einfach Frage gestellt, könnte denn dieses Hantieren, das Umblättern, Teil der Arbeit sein? Also das Handeln, konkrete physische Handeln. Mit dem Gedanken, also das ich verfestigt hatte, habe ich dann Werkstücke entwickelt, die tatsächlich für Handeln entwickelt wurden. Das war etwa Ende 1962. Und dann kommt es ja zu dem Werk, mit dem du dich ja zweifelsohne in die Kunstgeschichte eingeschrieben hast, seit vielen Jahrzehnten den ersten Werksatz. Gregor Quack hat es so trefflich als das soziale Gewebe benannt. Und welches Potenzial oder Qualität hatte für dich der Stoff? Und inwiefern beziehst du den Menschen dabei ein? Und welche Rolle ordnest du dem Menschen zu bei den Handlungen mit dem Stoff? Der Stoff, der war ja vorher schon da, wie gesagt, bei der Projektion dieser Versuch einer Skulpturzeit mit den Schatten. Dann habe ich auf diese Flächen gemalt. Also mir war das stofflich vertraut. Ich hatte immer die Vorstellung, das ist ganz nah am Materialpapier dran. Es ist irgendwie auch sogar an der Haut dran. So. Und es war auch, was ich wollte, ein neutrales Material. Also wenn ich das Gewicht lege auf Handlungen, muss ich natürlich Materialien haben, die möglichst keine lange historische Tradition haben. Weil die würde dann immer mitschwingen. Das Problem war, dass dann immer wieder, wenn ich zum Beispiel diese Handstücke gemacht habe, wir haben das eine hier in der Abbildung, das war ein paar Pappkörper, die ich geschnitten habe, die habe ich umklebt. So, Handlung. Die Frage, wenn es eben auf dem Tisch liegt, sage ich, das ist eine Art Skulptur, der plastische Körper. Wenn ich die Hand nehme, dachte ich, mache ich die Hände zu Sockel. Also der Körper wird wichtig. Erstmal die Hand, dann habe ich ja diese Körperstücke gemacht. Das wird Körperteil der Arbeit. Aber dieses Kleben hat mich gestört, weil immer wieder diese Konnotation Collage dabei war. Ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll. Dann die von mir öfter zitierte Zufallsgeschichte aus der Schneiderei von Johannas Eltern, wo ich ein sogenanntes Glanzkissen sehe, was benutzt wurde, um Anzüge, also Ärmel und Schultern auszubügen. Die waren in der Form ähnlich wie meine geklebten Stücken, die waren genäht. Mit einem Schlafmärkern Menschen nähen. Das ist es. Das ist eine Technik, einmal die historisch unverbraucht ist, die letztlich keine Geschichte hat in der Kunst. Und ich habe es sehr bald realisiert, dass ich damit Arbeiten in der Dimensionen entwickeln kann, die überklebend nicht zu erreichen sind. Und da war immer der menschliche Körper dabei in der Handlung. Ab dann. Und nochmal zurück zu den wirklich einzelnen Stücken vom ersten Werksatz. Wie würdest du beschreiben, welche Rolle nimmt der Mensch ein? In diesen Handlungen. Würdest du sagen, es ist auch ein Moment weg vom Sehen hin zum Spüren? Ja. Eine Verbindung, die ich... Er nimmt das Zentrum. Nein, da taucht die radikale, für mich damals radikale Frage auf. Kann die Handlung Werkcharakter haben? Welche Rolle hat das Werkstück? Wenn es also in Lagerform ist, ist es eine Art, so habe ich das auch beschrieben, eine Art Instrument in dem Moment, wo ich mit agiere, nimmt es einen ganz anderen Status an. Also der Mensch rückt ins Zentrum, aber welche Rolle spielt er da? Wenn ich in dem Zentrum bin, muss ich gleich darüber nachdenken, was sind denn die Materialien, ich habe so gedacht, mit denen er agiert. Ohne Materialien kann ich nicht Künstler sein. So wurde mit dem einfachen Gedanken der eigene Körper, reale Zeit, der reale Raum in das Ganze spielt, zu einem Material, mit dem ich agiere. Und der menschliche Körper, in Verbindung mit diesen Handlungen, wird Werkbestandteil. Und dann der weitere Gedanken, kann die Handlung selbst Werkcharakter haben. Das war damals so ungewöhnlich, war sehr, ich muss sagen, sehr einsam. Und diesen Gedanken konnte ich mir kaum jemand teilen. Das muss ich alles mit mir selbst ausmachen. Aber nochmal zurück zu demjenigen, der in dem Werk handelt, der Akteur, der Betrachter, den du zum Akteur erklärst. Da ist ja auch was mit Empfindsamkeit, was mit einem passiert. Das heißt, ich lasse mich ja auf dem Gegenüber ein. Wenn wir beide einander in einer Schlaufe stehen, über eine gewisse Distanz, spüre ich ja jede Balance, jeden Moment. Ich spüre deinen Körper auf Distanz. Du setzt, versetzt ja auch diejenigen in eine gewisse Situation des Empfinden und Fühlens. Würdest du auch sagen, dass der Akteur an der Transformation unterliegt bei diesem Akt? Also eine Form von Empfindsamkeit? Unbedingt. Das war ein großer Schritt für mich überhaupt, eine zweite oder dritte und mehrere Personen in der Handlung zu denken. Wie ist das möglich? Eine Werkvorstellung auf mehrere Personen verteilt. Das taugt uns im ersten Mal, und da habe ich es auch, denke ich, klar artikuliert, ist die Elfmeterbahn von 1965. Zwei Personen entwickeln. Das war für mich damals ein Riesenschritt, da über vieles nachzudenken, auch darüber, was ist denn überhaupt ein Werk? Dass ein Werk allein in der Imagination der Vorstellung entsteht und dazu noch von zwei Personen, die ja Individuen sind, die hier andere Vorstellungen entwickeln. Wie geht das überhaupt in der Definition von Zeitraum und so weiter? Das war zunächst mal einfach ein Riesenbündel von Problemen, auf die ich keine Antwort hatte, zu Beginn. Du hast diese Aktivierung durchgeführt im Nachkriegsdeutschland, in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Würdest du sagen, die Aktivierungen funktionieren heute anders im Toronto oder München der 2020er Jahre? Also ich meine, du hast sie an vielen Orten vollzogen und es können unterschiedliche Situationen auch entstehen, Bilder entstehen, die im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ja vielleicht auch anders gelesen werden können. Also der, finde ich, der größte Unterschied ist, dass damals den Arbeiten enorme Skepsis entgegengebracht wurde und Widerstände. Also eine Handlung, wie ich mir so vorgestellt habe, war mit einigen Freunden leidlich möglich, aber eigentlich nicht wirklich. Das hat sich total geändert. Es ist heute eine Zuwendung daran, Verständnis dieses Gestus, dass eine Handlung Werkcharakter haben kann, den konnte ich damals mit niemandem teilen. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Und was auch ein bedeutender Unterschied ist, damals haben außerhalb meiner Definition völlig die Begriffe gefehlt, um das als Kunstdimension zu beschreiben. Da tauchten alle möglichen Begriffe auf, die letztlich mit der Sache gar nichts zu tun hatten, nur wenig. Das hat sich auch geändert. Also heute ist es möglich, dass eben das vom Kunstkontext her über zulängliche Begriffe beschrieben werden kann. Und es ist heute eine Akzeptanz, zwar zu sagen, das ist Teil der Kunst oder der Kunstgeschichte. Da schien damals, also Anfang der 60 Jahre, völlig außerhalb jedes Kunstkontext zu stehen. Das sind die Unterschiede, denke ich. Der Mensch als Erfahrungskörper ist, glaube ich, auch etwas, was man vielleicht greifen oder festhalten kann. Und würdest du sagen, deine Akteure, machst du auch soziale oder politische Einschreibungen mit den Werken? Also können die sich im Raum, je nachdem wo es stattfindet, wer mit wem agiert, können sich auch solche Diskurse abbilden? Gibt es Zirkulationssphären zwischen Kunst und Leben, die du herbeiführst? Das war immer im Raum und war Teil der Definition der Akteure, Akteurinnen. Ich habe das nie vorgeschrieben, aber ich habe auch nicht gesagt, das ist außerhalb. Ich habe aber immer darauf bestanden, dass es in Verbindung mit der Kunst und der Irrgeschichte sein muss, weil ich dachte, nur dort erfährt es wirklich Stärke. Wenn man das da rausnimmt, wird es allzu beliebig. Also da habe ich, das war auch ein großes Problem, warum musst du darauf beharren? Man hat gesagt, ja, das ist doch eher eine soziale Dimension. Dann sage ich, ja, das ist okay oder eine psychische Geschichte. Dann sage ich, das ist richtig oder Kontemplation, das sind alles wunderbare Begriffe. Aber ihr solltet euch auch für das Ziel, was ich eigentlich damit bin, interessieren. Das ist Teil, ja, aber nicht meine Denkgrundlage für diese Werkstücke. Würdest du denn sagen, beispielsweise, es war ja auch eine sehr bewusste Entscheidung in den 60er Jahren, den ersten Werksatz zu aktivieren im Außenraum, unabhängig von der Institution oder vom Museum, wo man das hätte auch zu dem Zeitpunkt ja machen können. Also war es ja sehr frei in der Konzipierung der Örtlichkeit, wo es stattfinden soll. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Momente in den Arbeiten, die auch eine soziale Qualität haben, wenn alle auf einem Quadrat sich auf den Boden setzen. Ich glaube, Anfang der 60er hätte sich noch lange nicht jeder zu jedem auf den Boden gesetzt und so weiter. Also beschreibt es ja irgendwie dann doch auch einen Status der Öffentlichkeit und der Gesellschaft, in dem sie sich gerade befindet. Die Öffentlichkeit als Medium, hast du das bewusst immer mit einkalkuliert in deine Arbeit? Mich bewusst aber mir war bewusst, dass das eine Dimension ist, die Teil der Arbeit ist. Und die hinausgehen in die Außenräume, das habe ich hier nicht gemacht als Manifestation, wie es etwa die Landart gemacht hat als Thema, sondern ich habe es zunächst machen müssen, weil Arbeit Dimensionen angenommen haben, die in Innenräumen nicht mehr funktionieren. Und erst in dem Zusammenhang habe ich den Außenraum als Definition entdeckt. Wenn ich in den Werkstufen, was in Innen- und Außenräumen aktiviert werden kann, ist in Innenräumen immer ein Dialog mit dem gegebenen architektonischen Raum, der unabhängig schon definiert. In den Außenräumen, also die Außenräumen, die ich bevorzugt habe, deswegen waren eigentlich Parks ausgeschlossen, weil da eine Pseuto-Gestaltung vorhanden ist, wird in den Aktivierungen Raum überhaupt geschaffen oder definiert. Das war eine Dimension, die in Innenräumen nicht möglich war. Das war ein gigantisches Erlebnis für mich damals. Und natürlich ist dann immer eine soziale Dimension mit drin gewesen. Ich wollte immer, das gibt es auch in dem Tagebuch, als Notat, aus der Geschichte austreten. Das klingt, das ist ein sehr dickes Wort. Ich war, als ich das geschrieben habe, 23 Jahre alt. Aus der Kunstgeschichte war ich gemeint. Ich habe nicht gemeint, also die Geschichte taugt nichts mehr, sondern was ich damit sagen wollte, war, dass das, was ich in der Kunstgeschichte zu der Zeit vorgefunden habe, dass das zu beengend ist und meine Arbeit nicht wirklich aufnehmen kann. Da wollte ich austreten. Und vor dem Hintergrund zeitlos sein. Das heißt, ich wollte nicht nur in meiner eigenen Zeit eine Artikulation finden, die diese Zeit auch definiert, das war schon eine Vorstellung. Aber, dass sie sozusagen die eigene Zeit überspringt, zeitlos ist, war der Traum, dass das auch in der Zukunft in ganz anderen Zusammenhängen auch eine Rolle spielt war, nach wie vor. Das war nur möglich, wenn ich Arbeiten schaffe, die nicht nur zeitspezifisch sind. Das war eine wichtige Sache. Du hast noch eine zweite Frage dabei? Ja, wir kommen nochmal zurück zu der aktuellen Situation, die uns hier alles so wahnsinnig betrifft zurzeit und auch einschränkt oder herausfordert oder auch zu Neuem fordert. Und wir haben gemeinsam im Gespräch die Arbeit Anwesenheit als eine Neuproduktion mit dir entwickelt, das dir ja auch für Sprache basiert und eben während des ersten Lockdowns im vergangenen März entstanden ist. Und es sind vier aufeinanderfolgende Sätze, die wir auf die Westfassade vom Haus der Kunst projiziert haben und auch wieder projizieren jetzt. Und diese Sätze, ich wiederhole die nochmal ganz kurz, Körper sind die Grenze, dem Raum entgegen, der Zufall der Geschichte, Körper in der Gegenwart. Und du wirkst ja hiermit auch in den Außenraum hinein, in München, durch die Medien. Und welche Nachricht oder Fragen möchtest du den Menschen damit übermitteln, mit der Arbeit? Also zunächst mal, die kommen aus meinen Erfahrungen, aus den Werkhandlungen. Ich vermute, ich habe nie nachgeguckt, aber ich vermute, dass es diese Sätze oder ähnliche Sätze in Werkzeichnungen der 60er Jahre gibt. Das waren elementare Erfahrungen in den Handlungen. So, die sind gebunden jetzt in eher kleinformatigen Zeichnungen. So wie es jetzt, also mit dieser Entwicklung, dass sie in den Außenraum projiziert werden, da ist eine für mich erstaunliche Wirkung entstanden. Ich habe so viele Anrufe bekommen, ich habe Briefe bekommen, die von dieser Geschichte fasziniert waren. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also enorm. Es ist einmal eine Fremdheit da in den Sätzen, es ist gleichzeitig auch scheinbar etwas Vertrautes da. Es kann wie eine Metapher wirken und es wirkt auch heute vor der heutigen Situation wie eine Beschreibung. Also sehr ambivalent das Ganze. Ich kann mir die Wirkung nicht anders erklären. Das kann ja nicht das Grafische sein. Kommunikation für dich ist schon auch ein zentrales Moment, auch mit deinem Gegenüber, deinem Betrachter, des Werks oder des Akteurs. Also das ist ja nicht eine Puppe, die mir gegenübersteht. Das denke ich immer mit. Deswegen auch, ich schreibe auch nicht vor, was ist zu denken, zu empfinden. Außer es sind bestimmte Handlungsabläufe, die in der Arbeit gegeben sind. Die sind zu beachten weiter nichts. Sonst kann das es offen für alles möglich sein. Es gibt natürlich interessante Formulierungen oder Erfahrungen, Projektionen, Konzeptionen, Formulierungen und weniger Interessante. Ich habe über die Jahre von der ganze Zeit von Leuten, die agiert sind, Dinge gelernt, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und die habe ich als Erfahrung in meine, primär auch in meine Werkzeichnung eingebaut. Also es ist sehr komplex. Es ist grundsätzlich meine Erfahrung, aber auch die Erfahrung, die Formulierung von anderen Akteuren, Akteurinnen. Also Sprache als ein sehr interessantes Instrument, auch was beidseitig funktioniert. Ich habe es im Grunde zu einem bildkünstlerischen Material gemacht. Anders, als es die Konzeptkünstler gemacht haben. Das muss ich nochmal betonen. Das war ja vorher. Das ist ganz anders. Also das ist, die Konzeptkunst arbeitet anders. Es gibt schon gewisse, ich kann nicht mehr sagen, Verwandtschaft in einigen Teilen. Hast du da Aspekte, die dir wichtig sind? Für mich war immer wichtig, dass das Ganze bildhaft formuliert wird. Bildhaft, aber das ist eine Balancegeschichte. Einerseits bildhaft, ich kann es als autonome Zeichnung sehen. Andererseits hat es also auch einen Instrumentcharakter, einen Partiturcharakter. Also ich kann es weiterdenken. Und diese Dimension des Sinnlichen, das hat mir immer in der Konzeptkunst gefehlt. Das ist auch ein Wahn, wie ich das nenne, in den späten 60 Jahren der Konzeptkunst. dieses Objektivieren, objektiv sein. Und so etwas habe ich nie geglaubt. Jetzt sind wir ja bei zwei ganz zentralen Schlüsselmomenten in deinem Werk angekommen, nämlich das Gegenständlich, das Objekt und auch das Subjekt der Mensch. Und du schaffst ja auch am Beginn deiner Karriere eine Vielzahl von, sagen wir mal, plastischen und zugleich auch bildhaften Kippfiguren. Ich denke da nur an Arbeiten, die in der Münchner Ausstellung sind, wie beispielsweise die vier Ecken, die ein Bild skizzieren. Man sieht aber keins und erwecken unmittelbar im Betrachter die Frage, was ist ein Bild? Also eine hochkomplexe Frage, die sich mit einem ganz einfachen Moment verkoppelt. Oder auch zwei Werke im ersten Raum, Gelb und Blau. Das sind zwei Einwegläser gefüllt mit Farbpigmenten, Gelb und Blau, mit denen man sich sein Bild behaupte ich selber vorstellen kann, Assoziationen wecken. Letztlich mein Abschied von der Malerei. Hier noch das Pigment. Auch biografisch, das Blau war eine Hommage an Yves Clar und Gelb war meine Farbe. Das, was ich als Künstler wollte, das war mir sehr früh klar. Das war schon in Frankfurt mit diesen Materialbildern. Das war mit dem klassischen Medium in der Malerei nicht zu machen. Das ist alles. Das war eine Entscheidung für mich, die nicht einfach war. Ich habe in der Malerei gelebt. Das war, und wenn ich da nicht, also das so hätte weiterentwickelt, wie es mir dann glücklicherweise gelungen ist, hätte ich auch scheitern können. Also ich hatte für mich entschieden, Malerei geht mir. Aber ich war nie im Krieg mit der Malerei, außer wenn sie historisierend war. Und ich hatte Vorlieben. Also wenn Malerei, auch Bilder, ist ja was anderes als Malerei, wenn das eine Offenheit hatte, auch da war es mir wichtig, dass Malerei sozusagen eher formerzählerisch ist. Also Malerei, die Geschichten erzählt, die hat mich weniger interessiert. Von daher habe ich zum Beispiel zum Surrealismus, sofern er sicher abbildhaft ist, auch wenn es also psychische Geschichten sind, habe ich mich sehr interessiert. Wie hast du dich empfunden, wie hast du dich damit empfunden, damals in Düsseldorf, an der Kunstakademie, im Rahmen oder im Kontext deiner Kommilitonen, da ging es ja auch sehr stark noch um Malerei als Medium. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen deine Empfindungen schildern aus der Zeit. Naja, es war eigentlich generell eine Ablehnung da, nicht mal Toleranz. das war nicht einfach. Ich habe auch zu Beginn nicht wirklich gewusst, wie ich das Ganze verteidigen kann. Ich hatte für mich eine Überzeugung, aber ich musste eine Sprache, diese Überzeugung zu formulieren, anderen gegenüber, primär als Verteidigung, die musste ich erst mal entwickeln. Das war nicht einfach. Und diese generelle Ablehnung, die teilweise im Rheinland so mit Spott versehen war, das war schwierig für mich. Also du warst in der Klasse mit Kommilitonen wie Gerhard Richter oder Sigmar Polke, aber auch bei einem Maler Karl-Otto Götz. Wie ist der denn damit umgegangen? Absolut tolerant. Ein unvergessener Satz ist, Herr Walter, ich verstehe nicht, was ich da mache, ich bin ein ernsthafter Mann, machen Sie einfach. Das war wunderbar. Eine solche Ermutigung. Nein, der war ganz absolut offen und war sogar der Einzige in der Klasse, wenn ich ihn als Teil der Klasse bezeichne, der sich damit wirklich offen auseinandergesetzt hat. Von Götz gibt es nie Spott oder Frotzen oder sowas. Überhaupt nicht. Er hat das ernst genommen. Und dann setzt ja auch ein Moment in deinem Werk ein, wo eigentlich die Gegenüberstellung von Bild und Organismus beginnt, miteinander zu wirken. Und da denke ich eben auch dann an deine größte Werkgruppe, ja auch aus den 1980er Jahren mit den Wandformationen zum Beispiel, wo der Mensch ja auch einen bildhaften Charakter annimmt in dieser Verschränkung von Malerei, Skulptur und Architektur. Und ist das für dich eine unvereinbare Gegensätzlichkeit, Bild und Organismus? Wie ist dieses Verhältnis? Also ich habe in den 50er Jahren, in den, sag ich jetzt, in den 70er Jahren lief das in der zweiten Hälfte auf eine immer größere Reduzierung raus mit den Standstellen und Schreitbahnen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, das endet im Nichts, so kommt das gekünstlerisch nicht weiter. Dann habe ich gesagt, ich mache das so nicht weiter. Und wenn ich nicht weiter weiß, war es das eben. Ich wollte meine Arbeit nicht schwächen durch Wiederholungen und Abwandlungen. Dann kam irgendwann spielerisch der Gedanke auf, wie ist das denn? Und in diesen Handlungen, schreit man etwa, gibt es kein geformtes Gegenüber, außer der Raum, der Umraum und die Person. Wie ist das, wenn ich mir ein geformtes Gegenüber schaffe, im Sinne eines Bildes, ohne das Medium Malerei? Und wie kann ich die Vorstellung der Handlung als Werkbestand erhalten? Das wirkt zunächst mal wie die Quadratur des Kreises. Dann habe ich einfach mal angefangen, für mich zu probieren. Und ich habe, ich glaube, zwei Jahre diese Arbeiten zurückgehalten, immer im Arbeitsraum, bis ich gewagt habe, die der Öffentlichkeit vorzustellen. Für die war das ein Verrat meiner Werkkonzeption. So krass war das. Das hat sich überhaupt Stück für Stück erst entwickelt, bis da eine gewisse Toleranz nicht mehr Akzeptanz war. Man hatte zu dem Zeitpunkt diese Konzeption Handlung als Werk oder Werkbestandteil akzeptiert. Dann konnte keine bildhafte Formulierung da sein. Und dann wurde es noch schwieriger, weil Farbe dazu kam. Man hat sich daran gewöhnt, Farbe ist nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich schon mit Bildformulierung argumentiere, dann kann natürlich die Farbe hinzutreten. Das ist ja keine Färbung oder Malerei. Die hat eine Funktion. Also ich musste all diese Dinge beteiligen. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr heute vorstellen. Hat ziemlich lange gedauert, bis da eine Akzeptanz war. Und die war zum ersten Mal öffentlich. Ich glaube, das war 86 auf der documenta. Da habe ich einen Raum gehabt mit drei Wandformationen. Aber auch das wurde nicht wirklich ernst genommen. Das sind Leute, die durchliefen. Die haben sich mal kurz in so eine Startstelle reingestellt, haben sich fotografieren lassen und gingen weiter. Also, das ist doch, ja. Aber es geht so eine große Faszination, finde ich, aus von dieser Gegensätzlichkeit und dieses Thema oder Moment von Bild und Objekt, die ja in deinem Werk, kann man doch fast sagen, eigentlich seit 60 Jahren, wie so ein Liebespaar umeinander kreisen. Die? Wie ein Liebespaar umeinander schon fast kreisen. Und wenn wir über die Wandformation sprechen, letztlich war es ja auch mit den vier Körperformen eigentlich schon angelegt, oder? Richtig. Zwischen Organ und Objekt. Definitiv, ja. Nur das erschien einfach radikal, weil, wo ist das Bild? Wo ist das Bildhafte? Wo ist die Form? Die Form. Das hat man nicht als Form akzeptiert. Und die war mit den Wandformationen auf eine Weise zurückgekommen, wie gesagt, die man in meiner Arbeit abgesprochen hat. Du hast mal gesagt, alle Farben, die vorkommen bei den Stoffen der Wandformation, wären auch schon bereits bei den Wortbildern angelegt gewesen. Ist das richtig? Was mir nicht bewusst war, war, als wir die Ausstellung aufgebaut hatten, in Lissabon, die Gulbenkian Foundation, sehr großer Raum, alle Werkstücke, neue Alphabete, sind auch alle Farben versammelt. Es gibt insgesamt 20 Farben. Wir hatten zwei Räume mit Wortbildern. und ich habe den Raumbesicht mit den Handlungs-, mit den neuen Alphabetformen, immer mit der Vorstellung, dass die Betrachterteile dieser Formkörper werden. Und dann gingen wir zurück, dann stehe ich in dem Raum, das sind ja die gleichen Farben. Das war mir nicht bewusst. Zwei Farben kommen nicht vor, Türkis, das ist einfach, das bildet kein Volumen. Das ist nicht möglich. Und noch eine Farbe, ich glaube, Violett, das ist zu modisch. Alle anderen Farben waren tatsächlich in den Wortbildern, du hast ja in München gesehen. Das war mir nicht bewusst. Meine Erklärung ist, ich gehe ja nicht von ästhetischen Fragen aus, wenn ich Farben entscheide, sondern von gestalthaften Vorstellungen. Das muss eine innere Ikonografie sein. Ich habe keine andere Erklärung. Und die Farbe hat ja auch eine sehr starke Funktion, nimmt sie ein, wie sie das Werk in der Ausstellung wirken lässt. Definitiv. Und auch, wie du Räume veränderst dadurch, oder? Welche Funktion hat die Farbe für dich bei diesen Stoffarbeiten? Wie du es beschreibst. Sie hat eine Wirkung auf den Raum. Sie hat eine Wirkung auf die Person, die sich der Arbeit konfrontiert. Auch die Arbeiten auszuwählen, das mache ich ja nicht aus ästhetischen Gründen. Das sind auch wirklich Gestaltvorstellungen. Es gibt Arbeiten, wie gesagt, die kann nur rot sein, die kann nur gelb sein. Und wenn ich unsicher bin, zeichne ich die sehr realistisch, akquareliere die, dann sehe ich das. Und manchmal sind, sagen wir mal, zwei Farbformulierungen gleich gut. Dann werden, wenn es möglich ist, beide ausgeführt. Also bin ich sehr streng. Aber ich kann sagen, dass also ästhetische Entscheidungen, wie man das allgemein nennt, ästhetische Entscheidungen, die spielen dabei keine oder eine sehr geringe Rolle. Jedenfalls bestimmen die nicht die Entscheidung für die Farbe. oder wenn es zwei oder drei Farben sind, wie das zusammenkommt. Und dann noch in dem Zusammenhang, deine erste Frau Johanna näht ja bis heute für dich die Exponate als Werkkollaborateurin. Du führst sie oder konzipierst sie ja mit Bleistift und Aquarell letztlich. Nichtsdestotrotz, wann ist dir der Zeitpunkt bewusst geworden, inwiefern du auch Bedeutungen von Architektur völlig unterlaufen kannst mit deinen Werken? Architektur in einem neuen Bedeutungszusammenhang bringen kannst. Also ich spreche übrigens nicht von Architektur, sondern von Architektonik. Architektonik, mhm. Also erstmal, wie ich diese Dinge entwickle. Wenn ich Forschung habe und es gibt eine ganze Reihe, sind das sehr kleine, aber dann ja noch präzise Aquarelle, Zeichnung, Aquarelle. Wenn ich mich entscheide, die und die könnten realisiert werden, werden die auf so eine Größe gebracht und erst dann kann ich sicher sagen, die sollte realisiert werden. Also ich muss eine bildhafte Vorstellung und ich muss die gleichzeitig auch, ohne diese Imagination würde das nicht gehen, groß in reale Räume projizieren. Also ich kann nicht von so einer kleinen Zeichnung, die in A4 groß etwa, entscheiden, ob die im Realraum existieren, wenn sie sich einmal auf den Körper beziehen oder auf den Raum, worauf sich der Körper wieder bezieht. Das geht nicht. Also ich muss diese in der Lage sein. Im Grunde funktionieren die dann so ein bisschen wie ein Prozetto. Wenn ich das gemacht habe, ist immer gleich die Vorstellung da, wie agieren die im Raum, wie verändern die den Raum, wie ist die Herausforderung auf Personen, die sich auf diese Arbeiten in Handlung beziehen. Das ist alles unmittelbar entsteht, wenn ich die Zeichnung realisiert habe. und ich muss dazu, damit die gemacht werden können, so eine Zeichnung kann ich nicht, Johanna geben sagt, mach mal. Ich muss dazu Vergrößerungen machen und teilweise auch sehr präzise technische Zeichnungen und manchmal ist es auch notwendig, dass Probenäherung gemacht wird, um zu sehen, ob das überhaupt so sein kann, wie ich mir das vorstelle. Diese sehr eindrucksvollen Wirkungen, die dieses Werk erzielen kann, eben auf den Betrachter, auch im Kontext nochmal von der Emanigation, da haben wir sehr oft jetzt von dem Begriff eben Skulptur, oder du hast ja auch von dem Begriff Skulptur als Handlung gesprochen und hier meine Frage, können wir denn vielleicht auch Handlung als Bild nach unserem Gespräch dem ergänzend nebenan stellen? Ich denke sowieso immer nur bildhaft, also es gibt deshalb, ich denke nicht in skulpturalen Dimensionen, ich bin, wie gesagt, Bild haue ich mir da, Moment mal, weil ein Bild ist letztlich für mich als Dimension, als Formulierung komplexer als eine Skulptur, ich weiß nicht warum, auch, auch, weil dort die Raumvorstellung, die ist ja immer nur abstrakt vorhanden, ist ja nicht real, in dem Bild, die muss immer generativ hinzukommen, also von daher denke ich, das ist eine größere Anstrengung, Herausforderung und es lässt stärker das Moment der Handlung zu als eine Skulptur und wenn ich Skulptur, also Skulpturen, die ich schätze, dann muss es eine radikale Manifestation sein auf die Geschichte der Skulptur oder aber sie muss eine Raumformulierung enthalten, ich weiß, wie Bildhauerdenken, das ist für mich, oh, hoffentlich, das ist für mich zu eng, ich könnte meine Arbeiten also mit reinem Bildhauerdenken nicht entwickeln, es muss die Dimension des Bildes mit den eben angedeuteten Dimensionen dabei sein. Franz, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Zum einen, ich habe es gerne gemacht und du hast durch deine Fragen auch bei mir Dinge angerührt, die ich formulieren konnte, die sonst nicht formuliert werden würden. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Untertitelung des ZDF,